Die Zielgruppe war ganz am Anfang der klassische Tourenfahrer, aber über die Generationen hin ist jetzt auch der sportliche Tourenfahrer hinzugekommen. Sälenmäßig haben wir Schulter, Ellbogen, Knie-Projektoren von SASTEK und Brücken sowie Hüfte und auch Brustprotektor kann man nachrüsten. Wir haben hier im Frontreißverschluss das ATS-System, also ein Avent Circulation System, was sehr angenehm ist bei warmen Temperaturen, um einfach noch eine Luftzirkulation zu haben. Das Leder mit TFL-Cool-System entsteht durch einen speziellen Gap-Prozess, wo die Sonnenstrahlen reflektiert und dadurch heizt sich das Leder nicht so stark auf. Mit der Held-Clip-In-Technologie bieten wir dem Kunden die Möglichkeit, unterschiedliche Zusatzerstattungen zu kaufen, damit er bei jeder Temperatur und bei jeder Wetterlage optimal geschützt ist. Klassisch und cool. Klassisch und cool. Untertitelung des ZDF, 2020